Ich wollte eigentlich schon mal wissen, wo man die Motoren der Titanen schaltet. Und die ganzen Kanade durch dann zu fluchen. Das ist gut. Oh, ich meine. Das ist jetzt gleich mit der Titanen, die die Titanen. Herr Hör, Einsatzziel Alpha ist verloren. Ich wollte bitte unten niemand aufhalten. Das passiert ja nicht. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen. Südlich deiner Position. Wir brauchen ja jetzt erst mal stehen hier.